Die Geschichte vom Damenlutscher Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Hause ich wiederkomm. Und vor allem Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwindler her. Und die Daumen schneidet er ab, als ob es Papier wär. Wie gemein. Na ja, fort geht nun die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund. Dover Kerl. Baut, da geht die Türe auf unter reinem schnellem Lauf. Springt der Schneider in die Stube zu dem Daumenlutscherbump. Ist ja cool, der Name. Wie, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Schere die Daumen ab. Mit der großen scharfen Schere, hei, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne einen Daumen steht er dort. Die sind alle beide fort. Oh Mann, wie gemein. Oh Mann, wie gemein. Und um ihn herum. Einfach nur. Blut. Und das soll man kleine Kinder erzählen. Wie fies. Blut. Und das soll man kleine 하나 von beiden windeln. So ein bisschen.